Willkommen zurück zu einer neuen Folge Layers of Fear. So, wo geht es jetzt hin? Form tritt Ja, raus Die Fenster sind alle zu. Was war das? Was war das? Was war das? Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen im Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte am Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins ist. Blablabla 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 Was war das? kreative blockade ok hallo man einer nichts mehr mit kindern habe ich gesagt der schatten sieht merkwürdig aus ok ach ne nicht mehr so eine kiste da sind schon wieder tote ratten ne wie können sich zwei menschen die sich einmal so vollkommen so hochgradig geliebt haben so weit auseinander leben mein ehemann spricht kaum noch mit mir er schlittert nur noch aus seinem arbeitsmaus und herein wie besessen an einem gescheiterten gemälde nach dem anderen arbeiten er will nicht mal mehr mit mir schlafen ich weiß dass er mich abstoßend findet der blick mit dem er mich neulich angesehen hat dieser erbärmliche schmerzvolle blick eine mischung aus scham schuld und abscheu mir ist klar geworden dass ich in den augen meines mannes ein monster geworden erfüllt es fühlt sich an wie etwas das eine frau niemals mitmachen sollte also hier und so kommst du zu mir ich bin single don't forget werden wir schon nicht vergessen angst heute wieder neue zettel sogar noch schlimmer als die davor das traurigste daran ist dass ich jedes wort zustimmen dass ich jedem wort zustimmen entschuldigung ich traue den fenstern hier nicht die führt irgendwas zum schilder ok da gibt es auch noch eine tschür da gibt es auch noch eine tschür ok nehmen wir jetzt die oder die wo geht es denn hier hin Ah okay Idioten Ignoranten Undankbar Einfallspinsel Was ist das bitte schön Was ist das bitte für ein Bild Hilfe Also gut wir müssen hier lang Okay Boah weh ich fall hier irgendwie runter Ah Arbeitszimmer Hier gibt es nichts zum Aufsammeln Ne Okay Au Boah Ruhrtelefon Boah das geht mir auf den Sack Stopp mal Schon wieder Jetzt ist es ein richtiges Klingeln Wir sind auf dem Weg Ja los Doch Was Ruhelose Andenken Ja Nun Was zum Flatternde Schrecken Seid still Konstantes Flattern Fressen andere Ratten Okay Licht Kranke Erinnerungen Ah Okay Nein Nein erst unten Nix Ey wie viele Auszeichnungen hier rumflattern Der kann damit ein ganzes Zimmer dekorieren Der kann damit ein ganzes Zimmer dekorieren Was war das? Mann ey Fahrstuhl ok wo uns der Fahrstuhl aber hinbringt das sehen wir in der nächsten Folge bis dahin bleibt gespannt genießt den Tag und Bye Bye